Was bringt einen in solchen Lagen immer in einen Zwiespalt? Ich habe auch bei einem Kommentar, den ich über Kleine Zähne geschrieben, gleich den ersten Satz gesagt, dass nicht die Freundschaft nicht verbunden wird. Ich bin der Meinung, dass man trotzdem einen auch kritischen Artikel schreiben kann. Die ganze Fleischindustrie hat ja mit den Werkarbeitern ein System geschaffen.